Ich möchte von euch, dass ihr einen Crème oder eine Pfanne holt. Werft, ihr backt den und dreht den über die Pfanne. Ich habe hier Vollkorn. Das habe ich bei der Getreidemühle. Ich mache die Pfanne zu Vollkorn. Mehl vermahlen. Und jetzt geht es los. Ein Eier. Zudem. 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 Zudem sanft jemandem dorthin. Ich drücke das alles. Gehe mal ganz mit dem Dramat media получeres und 200 Gä courushisz. Zudem. Zudem. Zudem werden sie kalt. Und die Zukunft ist sprach. So, was particul millennials gebraut sind. Das war's für heute. Wenn ihr südst oder weißen könnt, dann durch den früßes Teig rein. Ich hoffe, ihr habt einen Rüschpunkt. Wir haben hier ein normales Altenerz. Wir haben hier noch ein bisschen Fähigkeiten. Wir haben hier noch ein bisschen Fähigkeiten. Wir haben hier noch ein bisschen Fähigkeiten. Wir haben hier noch eine Gruppe. Die Fähigkeiten haben hier. Und, das ist egal, was da noch reichen lässt. Aber wenn wir die Kugel nicht haben, dann ist es auch geschmalt. 14 Kilometer, 45 Kilometer. Dann habe ich gedacht, da war ich jetzt selbst. So. Jetzt gucken wir mal. Hier ist es schon reich. Vollkommen. Satt. Oh, das habe ich vergessen. 07-3-geschmack. Mal sehen. Ob ich das geflippt kriege. Und ich glaube, das kann echt lustig werden. Mal gucken. Hier ist es schon wunderbar. Wollen wir mal probieren. Ich weiß noch. Das darfst du jetzt von Jushi. Ja. Okay. Das darfst du jetzt zurück. Jetzt kannst du das aufhören. Oh. Ja. Da fliegen sie daneben. Ja. Es ist aneinander gegangen. aus Israel mitgebracht Bären, Nuss Nougat, Becker und Erdnuss Butter Bären, Nuss Nougat Bären, Gnon S multipasen Schmack. 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 Danke, Sascha, für die Idee.